so und damit herzlich willkommen zu let's play minecraft wir haben unsere verlorene heilige scheiße nein lauf 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 weiter warte ja nicht bringen es in sicherheit ganz schnell so haben wir es in sicherheit gebracht und haben wir noch ein bisschen mehr eisen und warum habe ich jetzt das achievement bekommen egal brustplatte hosen der hose schuhe und einen schönen ich bin voll iron gleich bin ich mehr voll iron ich hab fünf pfeile hatte ich nicht da noch pfeile ja iron tick ist ernsthaft sortieren so sticks hab ich natürlich keine eisenschwert yay und den rest spare ich mir auch ich hab zwei stone hose ups parkshop uh wood ganz viel wood noch ein bisschen mehr eisen elf level haben wir aber halt noch keine diamanten das bringt's voll also unsere produktivität jetzt leuchte ich erstmal diese kackhöhle aus komm doch creeper hast dir so gedacht wo ist das markt so zöck 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 uh lava lapis kochig ey sag mal so man hat von euch einen bogen getroppt wie unsozial ist das denn ist das lapis lapis fuck ok da war grad der grafikbock so alles zu mal auf nummer sicher gehen so so aber ich sehe glaube ich nichts an wertvollen sachen welche höhe sind wir denn wir sind für äh wort elf müsste ich ein bisschen mit unten geht's noch weiter oder? so egal weiterlaufen redstone brauche ich auch noch so sackel gold gold und wieder redstone wahrscheinlich ist das markt oder? ja das markt kann ich mit den dorfbewohnern noch handeln? das ist ja dürfte finde ich dürfte da da zack hoi jo ganz viel Da ist nun ein Redstone. So. Zick. Oh, geschafft. Alles ist geschafft. Und noch mehr Eisen. Das ist ja heute richtig produktiv, die Folge. Das ist die erste produktive Folge Minecraft, ohne Tod. Dafür muss doch bestimmt mal einen Daumen hoch mitgelassen werden, oder? Oh, noch mehr. Ganz viel. Und ich glaube, ich stopfe erst mit dieser Quelle seinen Maul. So. Fließe. Wasser los, weiche. Weiche Wasser los. Oh, ich habe Gold freigelegt. Ich bin ein richtiger Goldschürfer. Na gut. Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte einen Dungeon gefunden. Oh, das war Cobblestone. Dieser Under Seed, oder? Am Ende Side. Ja. Ende Side. Diorite. Granit. Oh, das reimt sich nicht. Das ist Kacke. Banitis Kacke. Je. Weiter bauen. Weiter bauen. Immer viel, immer viel Eisen und Kohle. Das ist wichtig. Ich steck den Körper. Ich habe auch ganz viel Kohle auf dem Gonto. Äh, 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 äh. Ja. Ist gut. So. Gehen wir mal hier hoch. Wir bauen das auch noch ab. Jo, da haben wir auch noch was. Ne. Alles zubauen. Uh. Fuck. Fuck. Keine zwei Fackeln. Zwei Fackeln hintereinander ist verschwinden. Labis Lazuli. Entweder ein Slime oder was anderes Gutes. Auf jeden Fall kann's schon gut sein. So. Fackel. Fackel. Das kann doch nicht angehen. Ich finde immer noch nichts. Das kann doch nicht angehen. Alter, ernsthaft. Ich finde hier echt gar nix. Wo komme ich denn da raus? Egal. Das finde ich schon irgendwie wieder. Zurücklaufen. Da sie keine Monster sind, wundert mich. Gold. Beinahe hätte ich einen Fehler gemacht. Noch mehr Gold. So. Boah, fuck. Alter, war das knapp. Das kann doch nicht angehen. Weg. Geh weg. Sollte mal wieder was essen. Summer. Ah, das ist doch nicht normal. Scheiße, labisch 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 labisch. Wo bin ich jetzt? creeper das gute sich verloren habe wo ich bin da geht es auch nicht lang es kann doch nicht angehen dass ich überhaupt nicht eigen eisen finde ich glaube ich versuche jetzt mal an die oberfläche zu kommen und vier Verpiss dich. Verpiss dich. Oh Gott. Scheiße. Ich will hier raus. Aber ganz schnell will ich hier raus. Oh nein. Ich will doch nur lapis lazuli abbauen. Verpiss dich. Sonst brauche ich dich gleich ab. Nein, nein. Tricksack. So. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich habe einen Creeper gehört, aber der juckt mich jetzt mal nicht. Oh fuck, 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 da muss ich schnell wieder hin. Oh, scheiße.